Homeoffice und Schul-Lockdown. Das klingt erstmal nicht passend zusammen. Dementsprechend braucht es auch da gute, gute Absprachen untereinander. Wie kann das gelingen, dass du einerseits deiner Arbeit nachgehst, andererseits dich um die Kinder kümmerst? Sprecht mit den Kindern, was sie brauchen. Schafft einen Rahmen. Schafft Gelegenheiten. Sprecht es ab. Trefft euch in der Mitte irgendwo. Das Kind braucht dich gerade. Andersrum musst du natürlich auch arbeiten können. Wie kann das gelingen? Absprachen. Es gibt gerade eine Papa-Mama-Zeit im Homeoffice. Es gibt aber vielleicht auch den Rahmen. Die Stunde, die halbe Stunde bin ich ganz für dich da. Unterstützt das Kind. Wenn ihr es vorher abgesprochen habt, dürfte das kein Problem sein. Ich weiß, es ist gerade schwierig, aber es geht allen so. Und am Ende raus, wenn das Kind es gerade nicht hinbekommt, dann lenkt euch ab. Macht was anderes. Macht was Schönes. Weil nur wenn man einen schönen Gedanken hat, kann auch der Schul-Lockdown irgendwie überstanden werden. Und bald ist es ja soweit. Hoffen wir alle. Nachdenken. 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 Vielen Dank.